Herzlich Willkommen zurück hier auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Jonathan Nägler. Lass uns heute mal über die dunkle Seite von Dropshipping sprechen. Jetzt fragst du dich vielleicht, hey, wie kommt ihr überhaupt auf die Idee hier auf, im Dropshipping-Kanal oder E-Commerce-Kanal irgendwas über die dunkle Seite von Dropshipping zu sprechen. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wir haben ein neues Kundenergebnis gemeinsam mit einem unserer Kunden erzielt. Und zwar hat dieser spezifische Kunde es geschafft, über 40.000 Euro Umsatz, Umsatz nicht gewinnen, in einem Monat mit seinem Dropshipping-Shop zu erwirtschaften. Das Ganze hat jetzt roundabout 11-12 Monate gedauert, also fast ein Jahr, wo wir das Ganze jetzt aufgebaut haben. Natürlich hat er jetzt auch nicht konstant über 40.000 Euro jeden Monat gemacht, sondern hat auch irgendwann mal bei 2.000 oder 3.000 Euro Umsatz angefangen, hat sich dann nach und nach gesteigert, skaliert nennt man das Ganze. Und ich glaube, letzten Monats waren es auch nur 36.000, 38.000 Euro. Das heißt, er ist knapp an den 40.000 quasi vorbeigeschrammt. Aber immerhin hat er es geschafft, über 40.000 Euro so jetzt im Schnitt auf die letzten 3 Monate an Umsatz zu generieren. Und das finde ich ein super beachtliches Ergebnis. Und warum finde ich dieses Ergebnis so beachtlich? Nicht, weil es besonders überdurchschnittlich ist. Wir haben Leute, die machen tatsächlich noch mehr Umsatz. Aber das ist halt wieder nicht durchschnittlich. Und das möchte ich dir auch nicht erzählen, weil es nützt nichts, wenn ich dir hier sitze und von irgendwelchen 6-stelligen Monatsumsätzen berichte, wenn das halt typischerweise nach, weiß ich, 6-12 Monaten überhaupt nicht realistisch ist, sondern halt eher nach 2-3 Jahren oder sowas. Und deswegen möchte ich dir eher von einem nahbaren Ergebnis erzählen. Aber dieses Ergebnis ist für mich so speziell, weil dieser Kunde so einzigartig ist. Und heute möchte ich dir auch ein paar Learnings einfach mit aus dieser Zeit auf den Weg geben. Weil dieser Kunde war ja sehr skeptisch, was das Thema Dropshipping betrifft. Und dieses Video wird deswegen heute auch Gold wert für dich sein. Weil ich weiß, du hast selber da draußen Ziele. Und du hast wahrscheinlich schöne und gute Ziele. Du möchtest einfach deiner Familie ein besseres Leben bieten. Du möchtest dir vielleicht irgendein Haus kaufen. Du möchtest vielleicht ortsunabhängig arbeiten. Du möchtest einfach raus aus deinem Job. Das sind super coole Ziele, wo ich auch sage, hey, guck mal, jeder sollte im Leben solche Ziele haben. Sich selber zu verwirklichen. Das heißt jetzt nicht so ein Herzensbusiness aufzubauen, sondern wirklich den eigenen Zielen auch nachzugehen. Und zu sagen, hey, guck mal, warum sollte ich jeden Tag für jemand anderen arbeiten gehen? Warum sollte ich Geld verdienen für jemand anderen, wenn ich auch für mich selber Geld verdienen kann? Das ist ein bisschen wie Aktien kaufen. Wenn du Aktien kaufst, kannst du auch einfach deine eigenen Aktien kaufen. Du kannst in dein eigenes Business investieren. Und ja, da draußen gibt es halt super viele Leute, die Dropshipping schlecht reden. Die da draußen irgendeinen Nonsens und Bullshit erzählen. Und dann gibt es die andere Fraktion von Leuten, die sagt, komm in die Gruppe Lamborghini, du wirst über Nacht Millionär. Und irgendwie ist gar beides, beides Seiten sind irgendwie nicht richtig. So, und warum erzähle ich dir das Ganze? Weil dieser Kunde zu diesen Personen gehört hat, die inzwischen richtig skeptisch geworden sind. Die sind skeptisch geworden durch die Leute, die einerseits erzählen, komm in die Gruppe, 150 Euro Lamborghini Investitionen und du wirst sofort Millionär. Aber andererseits gibt es da draußen auch Leute, die sagen, Dropshipping tot, mach lieber Amazon FBA. Und dieser Kunde ist halt super skeptisch geworden. Er hat sehr, sehr viel Überwindung gebraucht, bis er sich bei uns bis zum Erstgespräch eingetragen hat. Und dann auch gemerkt hat, ja, es ist eigentlich alles voll legit, was wir hier machen, überraschenderweise. Aber es hat ihn super viel Überwindung gekostet, weil er halt von diesen ganzen Informationen, die es da draußen zu dem Thema gab, war halt irgendwann verwirrt. Er wusste nicht mehr, wem soll überhaupt Glauben schenken, was stimmt jetzt, ist es jetzt über Nacht reich werden oder funktioniert echt gar nichts mehr. Und deswegen sage ich dir, es ist auch die dunkle Seite, weil da draußen spielen Leute mit deinen Zielen. Die locken dich an mit diesen ganzen Zielen, die in meinen Augen super valide sind und erzählen dann Quatsch, irgendeinen Nonsens, der am Ende gar nicht so stimmt. Und das in beide Richtungen. Und was ich halt oftmals festgestellt habe, ist, dass viele Leute versuchen, den Haken zu finden. Und wie bin ich darauf gekommen? Ganz einfach, weil ich habe vor einer Woche circa eine Nachricht bei Instagram bekommen. Die Nachricht war so, ja, wenn ich einen Dropshipping-Shop aufbaue, dann muss ich ja auch Steuern zahlen. Was ist, wenn ich vergesse, Steuern zu zahlen oder wenn ich die Steuern nicht zahle, kann ich dann eine Versicherung für den Fall abschließen, dass ich nicht genügend Steuern zahle und dann irgendwie kein anderes Finanzamt bei mir vorbeischaut. Und da dachte ich mir in diesem Moment nur so, also ich war wirklich, ich habe mir wirklich für einen kurzen Moment gedacht, ist diese Nachricht so ernst gemeint? Kann man wirklich sowas verfassen? Und ich war wirklich ungläubig. Ich habe dieser Person auch geschrieben, hey, das Beste ist für dich tatsächlich, wenn du gar nicht erst mit Dropshipping anfängst. Wenn du einfach leiden lässt mit Selbstständigkeit, Unternehmertum, du musst darüber nicht nachdenken, weil wenn du mit so einer Einstellung und Sache rangehst, dann wirst du niemals erfolgreich werden. Ganz ehrlich, weil Leute versuchen immer irgendwo den Haken zu finden. Ich garantiere, unter dem Video wird sicher jemand kommentieren, oh, 43.000 Euro Umsatz, Umsatz ist aber nicht gleich Gewinn. Ja, guten Morgen, das ist uns allen klar. Das ist logisch, Umsatz ist nicht Gewinn. Ja, natürlich hat der von 43.000 Euro nicht 43.000 Euro auf seinem Bankkonto gehabt, sondern am Ende halt mit einer Marge von, weiß ich nicht, 21% oder sowas. Ist ja auch okay. Das hat ja auch nie jemand behauptet, dass es Umsatz gleich Gewinn sei. Und genauso ist es dieses Mindset bei diesen Leuten, die halt fragen so, ja, wie sieht es denn aus, Thema Steuern, kann ich mich da absichern? Mann, zahl doch einfach deine Steuern. So, was machst du dir überhaupt für Gedanken darum, was jetzt mit dem Thema Steuern ist, wenn du erstens noch keinen Cent verdient hast, zweitens, wenn man das mit der Buchhaltungssoftware super einfach lösen kann und dann seine Steuern richtig zahlen kann. So, wo ist das Problem? Okay, da musst du auch nicht anfangen zu sagen, ja, ich will eine Versicherung abschließen, für den Fall, dass ich zu wenig Steuern zahle. Hä? Also, wenn ich doch eine Buchhaltungssoftware habe, wenn ich einfach korrekt da jede Bestellung reinlade, dann habe ich doch gar kein Problem mit Steuern. Dann muss ich auch gar keine Angst vom Thema Steuern haben, weil das wird das alles passen. Und wenn ich eine gewisse Größe habe, wenn ich weiß, dass ich jetzt auch meine mittelfünfstelligen Monatsumsätze mache, dann habe ich einen Steuerberater, der das macht. Da zahle ich im Monat das Geld, weil dann will ich mich ja eher auf andere Aktivitäten fokussieren und dann ist es für mich auch kein Problem mehr. Also, warum möchte ich um Himmels Willen irgendeine Versicherung abschließen, für den Fall, dass ich zu wenig Steuern zahle? Und das ist halt ein Mindset, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Warum geht man mit dieser Einstellung hin? Warum gehen Leute hin und versuchen immer überall den Haken zu finden? Wenn du überall den Haken versuchst zu finden, wirst du immer irgendwas finden. Es gibt überall irgendeine Sache, die negativ ist, die man finden kann. Dropshipping ist nicht das perfekte Geschäftsmodell, weil es gibt das perfekte Geschäftsmodell nicht. Es gibt nur einfache und schwierige Geschäftsmodelle. Es gibt Geschäftsmodelle mit hoher Investition, mit geringer Investition. So, aber es gibt nicht ein Geschäftsmodell, wo du nicht irgendeinen Haken hast. Und wenn du zu diesen Personen gehörst, die überall hingehen und recherchieren und überlegen, ja, was könnte da jetzt der Haken sein, was ist das, wenn es nicht funktioniert, bla, bla. So, dann wirst du niemals erfolgreich werden, weil klar, die negativen Seiten, die kann man nirgendwo abstreiten. So, es ist vollkommen normal, dass du Dropshipping machst, dass du deswegen, wenn du Dropshipping machst, eben nicht hundertprozentige Kontrolle über den Versandprozess hast. Das kannst du machen, wenn du später ein paar Bestellungen hast, wenn du selber verschickst, wenn du vielleicht irgendwie eine Fulfillmentlage aufbaust. Für den Anfang wird das nicht machbar sein. Dafür müssen wir aber auch nicht 20.000 Euro in Ware investieren. So, was ist dir jetzt am Ende defekt lieber? So, aber du kannst halt nicht alles haben. Es gibt nicht das perfekte Geschäftsmodell. Und viele Leute versuchen halt, den Haken bei allem zu finden. So, es ist ja klar, wenn du irgendein Unternehmen hast, das ist wie negative Bewertungen zu einem Unternehmen zu recherchieren. Ist klar, jedes Unternehmen hat unzufriedene Kunden. So, das ist statistisch gesehen schon so. Es gibt kein Unternehmen, was rein, weiß ich, nur zufriedene Kunden hat. Das gibt es einfach nicht. Das wird es bei jedem Online-Shop, auch wenn du einen Online-Shop aufmachst, du wirst den besten Kundensupport bieten. Du wirst deinen Kunden immer zufriedenstellen. Weiß ich, du wirst Erstattungen anbieten. Selbst wenn du den besten Kundensupport machst, es wird immer eine Person geben, die rumstänkert, die sagt, oh nee, das passt für mich nicht. Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Ach nee, die Lösung, die du mir vorschlägst, die passt auch nicht. So, die wird es immer geben. Und wenn jemand sich auf die Suche nach einem Haken macht, wird er bestimmt diese eine Person finden, die da ganz laut schreit, oh, ich war so unzufrieden. Heißt das, dass jetzt alle anderen auch unzufrieden sind? Nein. Das heißt, wenn du den Haken finden möchtest, dein Geschäftsmodell, wirst du ihn immer finden. So, das ist einfach die Message. Weil wenn du viel Geld in deinem Leben verdienen möchtest, dann musst du viel investieren. Dann musst du Zeit reinschicken, dann musst du Geld rein investieren. Dann musst du dir die Mühe machen. So, weil es lohnt sich nicht, in die Selbstständigkeit zu gehen für ein kleines Nebeneinkommen von 200, 300 Euro im Monat. Das war eine Sache, die du dem Kunden auch erst mal sagen musst. Der kam her, ich habe ihn gefragt, was ist dein Ziel? Was möchtest du erreichen? Ja, ich möchte gerne mal so 400, 500 Euro nebenher verdienen. Dafür brauchst du keine Selbstständigkeit machen. Wenn du eine Selbstständigkeit machst, es gibt ja da draußen so viele Vorurteile über Selbstständigkeit. Ja, das funktioniert eh alles nicht. Die haben eh in der Woche, weiß ich, 60 Stunden, Wochen. Ja, die Vorurteile stimmen teilweise. Aber du machst es ja für dich selbst. Und ich arbeite gerne 60 Stunden die Woche für mich selbst. Dafür, dass ich selber die Flexibilität und die Freiheit habe. Weil die gewinnst du. Diese Person, diese Kunde, der jetzt über 40.000 Euro Umsatz im Monat gemacht hat, der kann seinen Job kündigen. Der kann machen, was er möchte. Und er arbeitet an dem Punkt für sich selbst. Und das macht ja viel mehr Spaß. Das musst du verstehen. Da draußen, wenn du so Angestelltenfreunde hast, die werden dir immer sagen, ach nee, mach lieber nicht Dropshipping. Oder wenn du Familie, bei meiner Familie war das genauso, oh nee, Selbstständigkeit, nee, mach das lieber nicht. Nee, geh lieber über einen sicheren Job rein. Ja, logisch. Diese Personen waren aber selber nie selbstständig. Das ist wie wenn du einen Metzger fragst, was er vom Käse hält. Er kann dir dazu einfach nichts sagen. Weil er verkauft Fleisch. Und du musst dir überlegen, viele dieser Vorurteile, die stimmen. Aber die Freiheit, die du gewinnst, wenn es funktioniert, die ist einfach genial. Und es ist einfach ein komplett anderes Gefühl, wenn du auf deinen eigenen Zielen hinarbeitest. Wenn du einfach mal dein eigenes Ding machst. Weil dann kommen dir die 60 Stunden auch nicht wie 60 Stunden vor. Ich habe am Anfang, bis wir jetzt hier Mitarbeiter aufgebaut haben, bis jetzt auch viele Sachen einfach ohne mich ablaufen. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Und das war in Ordnung für mich. Weil ich wusste, ich komme mein Ziel ein Stück näher. Und das hat mir auch Freude bereitet. Was natürlich nicht cool ist, wenn du 80 Stunden die Woche arbeitest für jemand anderen. Und dann noch für ein, weiß ich, Gehalt von 3.000, 4.000 Euro netto oder sowas. Na, das lohnt sich nicht. Aber wenn du auf deinen eigenen Zielen hinarbeitest, dann macht es ja auch Spaß. Weil du musst überlegen, wir sind in der Inflation drin. Das heißt, alles wird immer teurer so. Und du willst jetzt nicht nur ein bisschen Geld verdienen. Das lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich nicht, Selbstständigkeit zu machen, Zeit zu investieren, wenn du so kleine Ziele hast. Du kaufst dir ruhig, höhere Ziele setzen. Und dann sagen die Leute, oh, was ist, wenn ich mir unrealistische Ziele setze? Du weißt doch gar nicht, was realistisch machbar ist. Dieser Kunde, der am Anfang zu uns gesagt hat, ja, er wird gegen 500 Euro verdienen, hätte gedacht, dass er in 11 bis 12 Monaten später, nachdem er diese Aussage getätigt hat, 40.000 Euro Umsatz im Monat macht. Hätte er nicht gedacht. Das heißt, du weißt doch gar nicht, was realistisch ist. Also kannst du dir doch gerne höhere Ziele setzen. Wo ist das Problem? Wenn du ein Ziel verfehlst und vielleicht ein kleineres Ziel dafür erreicht hast, was da drunter steckt, ist doch vollkommen in Ordnung. Aber mach es nicht für 400, 500 Euro. Für 400, 500 Euro, lass es einfach. Du musst dafür keine Selbstständigkeit anfangen. Es lohnt sich einfach nicht. Du willst deiner Familie vielleicht was bieten. Wenn du ein Haus kaufen willst, alle diese Dinge, die sind mit 400, 500 Euro ein Witz. Das bringt überhaupt nichts. Deswegen investiere in dich selber rein. Bevor du jetzt irgendwie anfängst, Leute fangen an, Aktien zu kaufen. Verstehe ich nicht. Wenn du ein gewisses Kapital beiseite hast, warum möchtest du lieber in ein anderes Unternehmen investieren, wo jemand anderes die Entscheidungen trifft, statt in dich selber, wo du selber Entscheidungen treffen kannst? Ist total paradox für mich. Wenn ich jetzt investiere in Aktien, zum Beispiel in, weiß ich, eine Mercedes-Aktie, warum sollte ich dann sagen, hey, Hola, Kalenius, der Vorstand von Mercedes, macht einen besseren Job, als ich es machen könnte, in Bezug auf Entscheidungen treffen. Wenn der irgendwas macht, was mir nicht gefällt, zum Beispiel, weiß ich, zu sagen, alle Autos produziere ich ab sofort nur noch mit Wasserstoff, wird nicht passieren. Und die Aktie geht dann in den Keller runter. So, auf diese Entscheidung hatte ich keinen Einfluss. In meinem eigenen Business, wenn ich das Geld selber investiere, mich selbst in, weiß ich, meine eigene Bildung, in mein eigenes Business, dann habe ich Kontrolle darüber. Dann kann ich sagen, ich weiß, was ich selber mache. Also, warum möchtest du denn Geld in jemand anderen investieren, und ihm besser vertrauen, dass er mehr Geld verdient, irgendein komischer Vorstand, irgendwelche Vorstandsmitglieder, als du selber? Und das ist eine Sache, die verstehen die allerwenigsten Leute. Und deswegen machen sich die allerwenigsten Leute auch nicht selbstständig, weil sie irgendwo den Hacken finden, sagen, oh ja, hier bei Dropshipping kann dies und jenes sein, und was, wenn es nicht funktioniert. Weil sie lieber in andere investieren, als in sich selbst, was total paradox ist. Investierst mal in dich selber rein, das ist das Beste, in dein eigenes Business. Und weil sie dann so astronomisch kleine Ziele haben, wo ich mir denke, das lohnt sich einfach nicht, in die Selbstständigkeit zu gehen. Du hast richtig geile Freiheiten, wenn es funktioniert. Wenn du 40.000 Euro jemand generierst, dann bist du nicht ein Millionär, und du bist auch nicht der Halbgott in Person E-Commerce, aber du hast ein richtig geiles Leben, und du kannst dir viele Sachen einfach leisten. Du kannst in den Urlaub gehen, wann du willst, du kannst von arbeiten, von wo aus, du willst, hättest du es mit 500 Euro geschafft, und das ist das, was ich den Kunden auch gefragt habe. Hey, würdest du jetzt, nachdem du 43.000 Euro im Monat gemacht hast, oder 38.000 Euro, würdest du immer noch sagen, dass du 500 Euro im Monat als Ziel setzen möchtest? Oder hättest du das, wenn du jetzt wieder zurückreisen könntest, würdest du es dann immer noch sagen? Er hat gesagt, nein, würde ich nicht. Ich würde mir gleich als Ziel setzen, 100.000 Euro im Monat zu verdienen. So. Ob das realistisch ist oder nicht, ob man das schafft oder nicht, alles voll dahingestellt. So. Aber auch wenn du 30.000 bis 40.000 Euro jemand machst, ist ein geiles Umsatzergebnis. Selbst wenn du 10.000 Euro machst, und du verdienst 3.000 Euro nebenher, auch vom Gewinn her, ist auch ein geiles Ergebnis. Das heißt, hört mal auf, überall den Haken zu finden, wenn du sagen, oh ja, jetzt verdient er hier nur seine 2.000, 3.000 Euro, das ist schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und wenn du überall nur die Person bist, die nach einem Haken sucht, so du wirst überall den Haken finden. Es wird nichts geben, wo du keinen Haken findest. Sei es bei einem Unternehmen, sei es bei einem Geschäftsmodell, sei es bei allem Möglichen. Na, weil es gibt immer einen. Es gibt immer, es gibt nicht irgendwas, was nicht irgendwo einen Catch, irgendwo einen Haken hat. Deswegen fang du jetzt an, endlich in dich selbst zu investieren. Nimm mal dein Leben selber in die Hand und hör auf, für irgendjemand anderen zu arbeiten. Wenn du es gerne jetzt in 2023 machen möchtest, 2023 endlich zu deinem Jahr machen möchtest, finanziell gesehen, als auch von deinen Zielen, dann melde dich bei uns einfach für ein vollkommen kostenloses Erstgespräch unter econventures.de, wenn du auch gerne solche Umsätze fahren möchtest. Wir machen einen Fahrplan gemeinsam, in der ich halt genau unsere Strategie offenlegen, wie das Ganze funktioniert und wir werden uns gemeinsam auch deine Situation anschauen und schauen, was du quasi umsetzen kannst, um jetzt schnellstmöglich auch deine eigenen persönlichen Ziele zu verwirklichen. Bis dahin bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wir hören uns im nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020